Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Ich bin jetzt einmal im Fun- und Sportcenter. Ja, letztes Mal sind wir hergereist und die Sina, die bewirbt sich in der Fettweggruppe bei der Red. Das ist ja die Leiterin, die große Schwester und alle sind mit dabei. Ja, läuft. Oh, Siergenlern hier. Einschleimen, ne? Ja, Geheimhandschlag hier, unbedingt. Wir wollen uns nämlich hier bewerben und Beitritt bewerben, weil wir wollen ja abnehmen. Ihr habt gevotet, wir sollen das machen. Der Felix ist auch mit dabei, der Mann von der Sina. Letztes Mal haben wir ja die Stammbaum-Wall gemacht. Hey, Schuster, ja, ja, ich schicke hier Booty. Ich hoffe, ich kriege die Fetthüfte hier weg. Ja. Mach das noch 20 Mal, dann klappt das ja auch. Felix, nein, du bist hier nicht hier im Ding. Nee, nee, du hast das falsch verstanden. Du bist hier Stargeiger. Das ist auch geil. Du bist hier Stargeiger, Straßengeiger. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hier das Outfit. Komm mal hier hin. Wir müssen hier nämlich... Oh, sind wieder Demonstranten hier. Mach das Gebäude weg. Danke. Wir haben keine Sonne mehr. Mit Geige improvisieren. Weil unser Felix, der ist ja hier Level 10 der Geigenfähigkeit. Denn der hat das im Wunschbrunnen bekommen. Im Kaugummi-Tierhaus haben wir uns das gewünscht. Und das machen wir jetzt mit dir mal. Gebäude muss weg hier. Ja, wir haben keine Sonne hier tagsüber. Sorry, Leute. Geht halt rein. Da drin ist wohl schön. So. Guck mal an hier. Ach ja, verschwindet mal, ihr Luschen, ihr Mann. Felix übertönt hier alles. Der kann das ja. Meine Fresse. Was ist das, ey? Wow. Respekt. Respekt. Ehrlich mal, Felix. Oh, ein paar Screenies. Deswegen zittert das so. Schönen Moment erwischen. Ich glaube, jetzt habe ich ein paar. Wow. Kriegen wir Geld? Um Spenden bitten. Wir kriegen mehr Geld hier. Okay, Sina. Was macht ihr hier? Sit-Ups in der Männerung, Leute. Nix. Hier raus mit euch. Ab geht's. Haben wir jetzt? Sind wir jetzt in der Gruppe? Hat das jetzt geklappt? Nee. Ich würde aber gern. Können wir mal einen Yoga-Kurs mit, oder? Der hat bereits begonnen. Ja, da ist ja nur gar niemand. Wir gehen hoch direkt, würde ich sagen. Ja, ready. Komm, wir machen mit ready hier Training, oder? Ready. So, hier ein bisschen labern. Dann müssen wir mit der labern, weil das ist die Gruppenleaderin. Wir müssen uns hier bewerben. Und dann kannst du hier mal trainieren, hier. Training. Gewichte heben brauchen wir nicht. Dann kriegst du nur Muggis. Der fette Arsch bleibt trotzdem. Gut, fett ist der auch nicht. Aber, ja. Na, so ein bisschen kann man ja was tun, oder? Felix war auch mit dabei. Es wäre natürlich auch wieder, ne? Sind alle in der Gruppe. Nur wir nicht hier. Hallo, Red. Also, ich will mal schon sagen, du machst das hier voll gut hier. Ich würde auch gern beitreten. Was sagst du denn dazu? Wäre das denn eine Möglichkeit? Und, sagst du ja oder nein? Komm, bitte. Bitte. Ja, Glückwunsch. Es wurde in die Gruppe aufgenommen. Sehr geil. Was müssen wir jetzt machen? Hier, guck mal. Da können wir jetzt hier zusammen energiegeladenes Training. Das machen wir doch. So, war ich verhungrerisch? Sollen wir ins Piratschiff-Restaurant gehen? Nee, das ist halt überhaupt nicht motivierend worden. Bitte, lieber kleiner Bruder. Wieso bist du eigentlich nicht in unserer Gruppe hier drin? Na, bald alle dabei. Oh, ihr müsst aufpassen, weil ihr seid ja schon alt. Nicht, dass ihr einen Herzkasper hier bekommt. Und, das wäre es jetzt noch. Und, stirbt jetzt bald jemand weg. Die sind ja wirklich schon alt, ne? Das ist kein Scherz jetzt. Ei, 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 hier. Messina hat noch 20 Tage. Ich glaube, bei Jonas haben wir geguckt vor ein paar Folgen. Im Alien-Haus, der hat noch 5 oder 6 Tage, bis er alt wird. Naja, das geht jetzt hier ratzfatzi. Ratzfatzi. Kriegen wir Gruppenpunkte? Wie geil ist das denn, oder? Wir haben doch bestimmt hier 309 Punkte, 336 Punkte. Guck mal, da können wir uns nochmal was kaufen hier. Haben wir schon einen Geheimhandschlag? Keinen Handschlag haben wir. Kommen wir mal oben unten schnipsen hier was. Kreuzen zeigen. Oben unten. Fauststoß. Das hört sich alles ein bisschen pervers an. Oben unten. Okay, wir haben oben unten schnipsen, oder? Ja, oben unten schnipsen. Was haben wir noch? Was ist das hier? Beliebte Gruppe. Was haben wir da? Obskure Gruppe. Neutral. Neutral. Und das ist berüchtigte Gruppe. Ne, das machen wir nicht. Das können wir noch kaufen. Aber das braucht alles noch mehr hier. Ja, dann warten wir ja mal nochmal. Wir sparen noch ein bisschen. Wanda Wanga hier. Ja, Svea hier ist natürlich Level 10 hier. Du Angeberin, du alte. Level 10 der Fitnessjagd. Die kann alles hier. Die ist eigentlich nur zur Motivation dabei. Oder zur Demotivation. Weil die kann es halt. Naja. Sina, komm, wir vergleichen uns mit dem hier. Wir müssen ja dance a lot. Wieso ist der hier in der Gruppe? Mann, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Sina, komm. Was hast du eigentlich in Fitness? 5? Na, also guck mal. Ist doch gut. 5 ist doch super gut hier. Reach, reach. Ich nehme an, der Wallen ist unten im Wellness-Ding. Ist der gar nicht da. Au, die machen hier das Ding hier mit. Da müssen wir auch mitmachen. Yoga üben. Das bringt nämlich auch was. Plus. Ja, Sina, komm, du schaffst das. Jetzt komm Yoga. Komm, müssen wir machen. Du bist doch so eine Grüne. Die machen alle Yoga. So. Na, yeah, ja. Voll ans Werk hier. Voller Elan. Mann, da guckt die Hose hier ein bisschen raus. Nein, alles gut. Fies, ne? Mit den Snack-Automaten da. So. Come on. Mach mal mit. Das schaffst du. Ist falsch. Falsch. Du musst am Kurs teilnehmen. Ist egal. Gibt trotzdem Punkte. Fatback-Gruppe. Sehr geil. Wenn sie so mit Absicht das Gegenteil macht, ne? Streck deinen Arsch raus, dass es ja jeder sieht. Hein Grubor. Ich kriege dich nicht mehr aus dem Kopf. Nein. Die Leute haben für Felix gewartet. Das war einer der Kandidaten von euch. Für Sina. Aber Felix hat gewonnen. Ja. So, machst du das doch, oder? Sterbende Schwan. Oder wie heißt das Zeug? Wir machen jetzt hier so Dinge. Wie heißt das? Twister oder so, ne? Das ist auch gut für Ready, ne? Dann kriegst du keinen Herzkasper hier. Ready. Hi. Jonas. Du siehst immer noch jung aus, du. Wie du aussiehst als Opa, das will ich gar nicht wissen. Bei Red war es irgendwie, finde ich, passt, ne? Bei Jonas, ich sehe den noch gar nicht als, guck mal, wie fit der noch ist. Ich sehe den, oh, okay, ich nehme alles zurück. Ich sehe den noch gar nicht als Opa. Ja. Alle werden alt. Sina Maus. Aber irgendwann haben wir auch ein Problem. Wenn alle immer jung bleiben würden und wir mehr Babys machen, als sterben, dann werden wir immer mehr. Deswegen, irgendwo ist auch Schluss. Wir müssen jetzt gleich immer nur, wenn jemand stirbt, dürfen wir ein neues Baby machen, oder so. Sina, bringt das jetzt überhaupt was? Findet das was hier? Zuckerfallen Karob, Kokoskuchen. Bäh. Nix. Mach mal lieber hier einen an die Grenzen gehen. Energiegeladenes Training. Ausdauerlauf. Ausdauerlauf ist gut. Das ist gut für die Fettkonzentration. Zum Glück hast du eine Stretchhose an. Die passt sich an. Komm, geh mal nach oben. Sind die anderen eigentlich? Wo ist denn hier Justin? Niemand will mit mir spielen. Da ist da gar nichts los hier. Ja, schnappt den Ball und auf. Selber ist hier. Der Mann. Ah, ihr seid im Wellnessbereich. Ich hätte es nicht ins gleiche Haus reinbauen sollen. Jonas zieht sich wieder sein Abenteueroutfit an hier, oder was? Ja, ihr müsst hier schon ein bisschen mitmachen. Das war mir schon klar, dass ihr in den Wellnessbereich geht. Oh, das kann er nicht so gut, ne? Der Star-Lord ist da. Der Star-Lord kamen. Gott, he's auf der Galaxy. Und, ähm... Nee. Ihr seid da unten, oder was? Wo ist Justin? Justin Goldstone, der Herr. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Mein Mega-Grundstück ist so groß, dass er verläuft sich's ja, ne? Ich seh Justin. Ich hab dir Justin gesehen. Ist der in der Sauna? Nee, auf dem Clou. Das ist wie so ein Wimmel-Suchbild. Und die bewegen sich alle so mit Absicht, dass man das nicht so gleich findet. Justin ist gar nicht mehr da, oder? Das wär... Da sind die jetzt hier. Da seid ihr denn. Okay. Zina, bist du noch dabei? Komm. Beste Aussicht hier, oder? Krass. So muss das doch sein. Ist doch wahr hier, oder? So, Dancelor ist auch da. Du bist voll creepy. Öh, hör doch auf, hier mit so ekelhafte Sachen hier zu erzählen. Ich muss gleich kotzen. Na, jetzt guckt er sich hier die... Was an hier? Na, wenn der Zina... Hallo, kannst du mal bitte gehen? Das finde ich jetzt nicht so witzig. Wer ist denn das? So, Dancelor, doch. Ich kann mir sagen, ich verschwinde mal. Oder trainiert er uns. Ähm... Komm, du musst auch Training machen hier, Sir. Ja. Aufgeweckt. Macht Training hier. Sind die ja zum Schwitzen da. Nicht zum... Nicht zum Blaudern. So. Sina ist doch verheiratet. Wir müssen noch in die Flitterwoche. Casa Colour, ne? Für euch geht's auch noch in den Dschungel. Staffel ist noch nicht vorbei. Schaffen wir noch bis zum neuen Pack. Schaffen wir noch, Sina. Sehr gut. Voll konzentriert ja, ne? Sehr, sehr gut. Scheiße, dass ich hier nicht in der Info-Leiste irgendwie so eine Fetteinsicht gebe. Körperfettgehalt. Tja. So. Oh, du bist ja immer noch dabei. Uiuiui, für der David Garrett hier. Hallo. Felix. Typen, die sowas können, sind einfach sexy, oder? Geil. Vor dem Klo spiel ich die Geige so froh. Im Nobelviertel in San Myshudo. Du, 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 du. Ach, ist das toll. Hoffentlich vergesse ich beim Schneiden nicht meine Musik hier auszumachen. Hintergrund der Gedudel. Du, 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 du. Das ist für ein hässliches Kochding da. Kommen wir mal mit Trinkgeld hier. Ich will mal ein bisschen Geld haben, oder? So. Fitness Level 6. Sehr gut. Danach kannst du wieder improvisieren. Aha. Wo ist es laufen denn meine Katzen eigentlich? Komm mal hier. Ja, hier gibt's hier. Ja, bis sie in die Geld reinwerfen. Und da hat es ja gar nichts gebracht. Oh, du, oh, ich kann dich gerade drücken, wie er guckt. So voll erwartungsvoll und niemand kommt, ne? Oh nein, Felix. Das klappt schon noch. Irgendwann. Was machst du das auch mitten in der Nacht? Hier, guck mal, oben gehen schon die Lichter aus. Die rufen alle die Bullen an. Ja, mach mal ruhig hier da unten. Ja, Felix. Sei mal Ruhe hier. Sina, wie geht's dir? Machst du noch hier? Seid ihr noch fit überhaupt? Du stinkst schon, ne? Oh, du bist voll grün, aber wie geht das? Wie geht das hier? Wie geht das? Du musst mal duschen. Wo haben wir den Duschen? Hier oben, da gibt's keine Duschen. Unten gibt's Duschen. Und dann gibt's Duschen. Hier gibt's Duschen. Dampfen, schnell duschen. Das ist gut. Ne, Dampfen, schnell duschen bringt. Macht das das energiegeleitene Zweck oder macht das das? Soll es ja nicht wegmachen hier, ne? Oh Gott. Ich bin gerade erschrocken. Ja, meine Fresse. Ich hab Angst um dich, liebe Maus. Oh, du hast schon abgenommen. Guck mal, die hat abgenommen. Oder? Hat die abgenommen oder hat die abgenommen? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Sina, du bist ja schon wieder fast zu schlank jetzt. Komm. Oh, du bist fit. Das ist gut. Und? Kommt jemand? Ich glaub, niemand will. Oh, der hat's voll drauf, oder? Du, du, du. Du, du, du. Figaro. Sina, come on. Guck mal, was dein Money hier macht. Hier, echt mal. Das darfst du nicht verpassen. Stadtführer lesen, hä? Das ist doch nicht Sina. Du musst hier Spende geben. 100. Wir spenden uns das selber. Vorführung anziehen, dann freut er sich. Wir tun's nicht, wenn wir nur 5 reintun oder so. Na, ich denke, er hat 100 gekriegt. Komm, wir sollen mal alle gucken hier. Müssen wir alle mitkommen. Müssen wir alle mitkommen. Erstmal alle mitkommen und dann alle Spende geben. Ja. Spende geben. 100. Ja, Sina. Bist du gleich wieder fit hier. Ich meine, das kommt auch duschen. Sehr gut. Hallo, hier. Gemischte duschen, ja? Na gut, okay. Stimmt, das sind echt gemischte. Das ist keine, keine... Du spielst hier wieder am Ding, Basketball. Was haben wir denn für unsere Gruppenpunkte hier mittlerweile? Immer noch 238, kann doch irgendwie nicht sein. Du hast so viel jetzt gemacht hier. Ja, geht mit dem Bademandel jetzt aber nicht runter, oder? Das sind meine Sims. Doch, das ist doch der Wahnsinn. Du hast jetzt die Kasse eigentlich nie besetzt. Geh weg, Jonas kann das, mag das nicht. Spiderschwein, Spiderschwein. Sol, sol, ich muss ja erst noch duschen. Ja, sorry. Ja, ja, Ausrede. Ja, 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 ja. Hör mal nicht mehr zu. Denkst du jetzt wieder doch ein bisschen Geld auf den Geigergeist? Hier, ein bisschen Geld rein. Komm, geh wieder rein, bitte. Danke. Geh noch ein bisschen Runden schwimmen hier. Hier, äh, Runden schwimmen hier zusammen hier. Zusammen hier hin schwimmen. Mach das mal. Und dann Runden schwimmen. Bringt auch hier was, oder? Fitness. Yoga machen, trainieren, Basketball spielen. Aber nicht hier, nicht essen und nicht singen. Ja, ich hab extra nicht singen gemacht, damit die mir hier nicht rumsingen alle. Ist das geil. Ja. Come on, noch ein bisschen, ein bisschen könnt ihr noch. Komm. Stell doch nicht so an hier mit deiner Galaxy Leggings, Red. Die hast du, seit du Teenager bist. Willst du nicht mal austauschen. Das Wea und Dancelot sind schon da. Wir müssen auch mal Bowling spielen gehen. Wir müssen zu viel noch machen. Komm, gar nichts hier. Oh. Schön, dass man mal die, das Kind und die Katzen bei der Tagespflege lassen kann. Na? Alle mal hier zusammen hinschwimmen, bitte. Danke. Ah, ich hab Hunger. Ja, hallo. Ich dürfte nicht essen. Quaby, Quaby. Schön schwimmen hier. Runden schwimmen. Runden schwimmen. Schwimmen mit allen hier. Mit allen schwimmen hier. Fehligst du nicht. Allen schwimmen. Runden schwimmen, bitte. Alle Runden schwimmen. Komm, das gibt Punkte hier. Wie Sau. Macht mal hier. Es gibt voll Punkte hier. Sehr gut. Alle machen mit hier. Yeah. Ihr schwimmt zwar alle irgendwie wie so komische, äh, Frösche. Alle irgendwie falsch rum. Können nicht mal die Bahnen schwimmen. Ich hab extra Markierungen hin gemacht, ja. Ihr Frösche, ja. Reit euch ein hier. Zina schwimmt gegen den Strom. Ach, ja. Sieht das echt so komisch aus von oben, wenn man schwimmt? Von der Seite sieht es ganz normal aus. Von oben sieht es irgendwie komisch aus. Naja, gut. Naja, gut. Okay. Ja, zusammen hier hinschwimmen. Schwimmen ist gut. Ihr kennt es doch. Hast du Schuhe an, oder was? Was hat denn an hier? Ich seh's gar nicht. Flip-Flops an. Ich schwimm mit Flip-Flops. Cheaterin hier. Cheaterin. Das zählt als Flossen. Und die. Ja, die Punkte, die steigen. Ich seh's hier schon. Ja. Alles gut hier. Sehr schön. Ja, gut. Dann geht er halt wieder raus. Wenn er bald. Jetzt eh bald Tag. Der spielt hier echt die ganze Nacht durch. Das gibt's doch nicht. Pieseln hier muss er auch. So, hör mal auf hier. Hängst du jetzt? Nee, ne? Hängst du jetzt? Nicht singen. Stopp. Er will eins der Singfähigkeit. Da kannst du deine Spenden jetzt nicht holen. Hör auf zu singen. Mon. Spenden bitten. Kann man da jetzt nicht irgendwie... Da kommt echt keine Sau. Wir müssen das gleich mal bei Tag machen, Felix. Politiker-Karriere ist hier auch mit dabei. Für mich sieht das immer aus wie so ein Basketballplatz oder so ein Sportplatz einfach, ne? Sieht für mich nicht aus wie so eine... Ich hätte es weggelassen. Keine Ahnung, was das soll. Okay. Okay, 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 okay. Wollen wir noch in den Whirlpool gehen, Felix? Ja, alle gucken zu. Ja. Das Outfit ist echt schick. Das müssen wir öfter mal anziehen, Felix. Voll gut. Steht hier voll. Sieht auch ein bisschen erwachsener aus damit. Komm mir mal auf zu schwimmen, hier. Komm. Lass dich mal hier bezirzeln, hier. Lass dich mal in den Whirlpool einladen. Hey, Schatz. Wollen wir ein bisschen rumbumseln? Was wollen wir das sagen? Ja, das kann ich. Komm, wir gehen da rüber, da. Du weißt schon, was ich will, wenn ich so gucke. Schatzchenlein, guck mal dahinter. Das sind welche Leute. Da geht er, aber wir gehen trotzdem rein. Felix, guckt schon so. Äh, Jonas, guckt schon so. Das massiert er ja immer noch, oder was? Hier wird geputzt, vorbildlich. So. Ja, komm jetzt mal. Hallo? Macht ihr das jetzt? Kommt jetzt alle mitten in den Whirlpool oder wart ihr? Hallo, hola, Signore. Ähm. Ja, das geht nicht, weil wir schon voll sind im Haushalt. Das hat auch jemand gefragt. Einer der letzten Folgen. Ja, gut, dann gehen wir halt nicht in den Whirlpool. Dann gehen wir halt hier hin. Lichtenmächtig im Whirlpool. Bitte macht das doch. So geht das jetzt nicht. Es bricht immer ab. Geniert euch doch nur. Dann gehen wir halt in die Sauna. Wir locken alles alle hier hin und dann gehen wir in die Sauna. So. Ihr Chiller, ihr, ja. Nach dem Sport ist das aber ganz gut. Das sei euch genehmigt. Wo ist die Red? Wo ist die Red hin? Wo ist die Reddy? Nun weiß es nicht. Ja, die ersten verlassen das schon. Okay, macht wieder nicht das, was ich will hier. Komm zum Abschluss, ihr Büttel. Bitte, liebe Mäuschen. Tut das für mich. Ist auch gut, ne? Wenn man acht Kids hier hat oder acht Sims. Dann können wir nicht mehr schwanger werden. Hey, willst du mitkommen? Komm, komm, schnell. Auf. Der denkt sich so, ich weiß ganz genau, wo ihr hingeht. Ja, ja, die jungen Leute. Wo sind jetzt alle hin? Alle weg hier, alter Mann. Geil. Oh, wie cool. Oh, ihr müsst beide pieseln. Oh, ne. Nein, Justin. Oh, nö. Ich dachte schon, der besetzt die Sau da. Bis wir ankommen, ja. Geil. Ihr zwei Hübschen, ihr seid echt geil. In 30 Minuten ist gehörend der Ping-Yoga-Kurs hier. Uiui, uiui, uiui. Ja, hallo, ja. Haben schon lange nicht mehr gemacht. Uiui, uiui. Was geht denn hier ab? Da kommen die Herzileins. Liebes in der Luft. Hier ist gesperrt, ja? Ja. Was ist das denn? Oh, was ist das? Jetzt hier Stromschlag, oder was? Meine Güte, ey. Wollte ich extra ruhig sein, um die Romantik hier nicht zu stören? Mein blöden Gelaber. Und was ist? Ich kriege ja voll den Schock schon wieder. Jetzt ein zweites Mal in der Folge. Sie geht jetzt. Tja, was war es jetzt? Das war das Abschied-Techtel-Mächtel. Ja, aber nur für die Folge, Felix. Keine Angst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war es für heute hier im Fun- und Sportcenter. Das Ding gibt es in der The Sims 4 Galerie als Download. Falls ihr jetzt Bock bekommen habt, das euch zu holen, dann könnt ihr das finden, Fun- und Sportcenter suchen oder nach meiner Origin-ID Daniel-Simfancy, EA-ID, besser gesagt. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis denn. Macht's gut. Ciao.